Prozent Leo Prozent wenn ich mich zurückhalte wird mir nur Wukong gefährlich weil der Rand springen kann und wenn die Kanzler ja war das war so dass ich mich einfach zurück Prozent euch wird ja wohl nichts dann oder wie ich auf das Blatt nicht effektiv dann bin ich so ein Versteller da ich habe trotzdem ein Wunsch am Anfang genommen wenn auch Bucs Boots Boots sowieso Boots ist immer geil ja mit seiner Zeit ist halt ansonsten noch um mal größte ganz gut am Anfang das Wurzmann Spiel Rund er kann ich meine ich habe 400 mit wie also 398 nicht ob ich sterben wahrscheinlich naja sie sind nicht ja bleibt bleibt einfach bei einem Tor mehr zu und coolen sich provozieren sie werden jetzt verarscht wenn die kommen wenn ich auf die zu einfach wegzulaufen weil ich war so verletzt er braucht ich bin die alle gesproken alles für mich nicht alles dritten das ist der Tod ganz ehrlich wenn du um kommen auf der Top-League hat der spielte der Arzt er hat alles nicht er Tauern bleibt auch möglich weil sie sich normalen geben das heißt aber die Gäste weiß dass ich verraten und so langweilig Naja, die wissen einiges über mich, also insofern. Ja, aber es ist trotzdem das langweilig. Ich will das selbst herausfinden. Aggressiv oder passiv? Das ist hier die Frage. Ja, du kommst gleich richtig auf die Schnauze, das sehe ich jetzt schon voraus. Ja, ich glaube, ich werde die Gammel da. Du kommst richtig auf die Schnauze. Bleib am Anfang erstmal defensiv, bis wir hier unten ansehen. Okay, Wukong ist unten und Annie ist auch unten. Du kannst oben gehen. Naso ist oben. Den mache ich so kaputt, ne? Ich lasse ihn nicht fahren, den Pisser. Komme ich die Last jetzt? Cool. War ja so klar, ne? Olaf ist echt so ein Dreckschamp. Der ist Free Win, ohne Witz. Wukong, top, top. Wukong kommt, top. Wukong kommt, top. Und Annie. Und Annie, glaube ich auch. Wollen die mich haaren? Wollen die umzingeln uns? Dann sollen sie es mal versuchen. Ja, Wukong war bei mir, jetzt geht er wieder runter. Ich lege gleich mit der Ward, ich hab's schwein. Also Wukong ist hinter euch, ne? Jo. Annie ist vor euch. Eigentlich könnt ihr auf Wukong gehen. Naja, jetzt ist okay. Er ist noch Level 1, das ist nicht so gut. Kommt nichts geschissen, ey. Du kassierst, aber richtig. Drauf? Wie? Was ist das denn? Stun! Hey, der ist, der ist laut. Yo, greif ruhig. Hey, helf mal beim Redbuff schnell. Greif ruhig alles ab. Ich muss hitten. Ich tanke, hit einfach. Das reicht. War klar. War klar. Das war jetzt aus Versehen. Na, das ist nicht so schlecht. Wirklich nicht. Er wird einfach gecountert. Olaf countert alles. Oh, vor 3er. Ich wollte dich nicht um was vorbeizubringen. Ja, sag uns denn, dass wir unser Geld wiederhaben wollen. Ich fall jetzt. Nein! Oh, doch. Stab. Nein, Minions sind hinten. Boah, 10 krasser. 10 life. 10 life. Top lane ist tot, aber fehlt auch. Hol den Riggles sofort und dann den Dragon machen. Ich bin dabei. Der Riggles sofort und dann den Dragon machen. Ich bin dabei. Top lane fehlt. Ja, die Dragon oder was wollen wir? Ja, wenn ich Riggles habe oder die Vorstufe davon. Ich kann mir die sofort holen. Ja, ich hab die noch nicht. Also, das kleine Razor. Lasus ist level 5. Lasus fehlt. Wie viel? Noch 300 Gold. Hm. Oh. 1. 2. 3. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 5. Ja, wie gesagt. Free Win. Wer tippt denn da auf seiner Schreibmaschine rum? Was ist das denn? Oder ist das ein Morse-Ding? Nee. Er schreibt den gerade. Wir werden Morse-Zeichen verschickt. Bitte? Was ist denn das? Das ist das Geräusch von deinem Silbertint. Deine Maus... Ist das eine Tanzmaus oder was? Nein! Jetzt ist es weg. Ist das ein Touchpad von einem Laptop oder wie? Nee, das ist einfach nur meine Maus, die ziemlich genau direkt neben der Kamera liegt, die bei mir gerade als Mikrofon fungiert. Also... Ist mir gerade erst aufgefallen, ja. Ist es besser? Jo. Ich hab noch alle meine 3 Heel-Ports und die waren schon 10.000 mal Porten. Ich hab... Uah! Aha. Was war das denn, ey? Ich komm runter, ich komm runter, ich komm runter, Go, go drauf. Geh drauf. Ich bin out of mana. Ich bin out of mana. Renn rein, ich brauch Vision. Ach! Uh! Geh drauf, schmeiß sie weg, schmeiß sie weg von mir. Ich hab keinen Mana zum dritten. Autotech! Ah! Renn! Renn! Was? Flash, Alter! Renn! Geh lehn! Jaha! Unstoppable! Oh! Was klingelt das Handy? Hallo? Hallo? Hä? Was ist das denn? Komisch. Jo, wir können den Dragon machen, wenn... Ich bin auch gleich dabei. Ich kauf mir eben Reals. Ich lauf schon mal hoch. Ich farme die Bot-Lane nebenab und dann... brenne ich sofort hoch. Ja, komm, von mir aus, komm, wehen geht. Ich hab Pink Bot, falls er eine geworbt hat. Na, warte. Haben sie nicht. Lauf, Alter, du bist sau-tot. Nöp! 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 Komm! Tank man! Boah, er schult mir sauwehe, der Drache. Hätte auch Olaf tanken sollen. Was ist er labert? Ist doch so! Was ist, wenn ich... Ja, dann hättest du 10.000 Attack Speed. Was er labert. Vielleicht wollte ich die gar nicht haben. Top-Lane, Mia. Mann, ey. Hier. Der mir das Spiel vermies. Wirf die mal her. Yay! Schade. Zurück! Ich bin dabei! Ich bin dabei! Ich bin dabei! Hau ihn um! Hau ihn um! Hau ihn um! Abweiv! Tja! jetzt! Und so! Ich bin dabei! der ist so! Die ist so, die wir knacken. ны! Ich bin dabei! die diese beck nur gerade ist hergekommen gut standen Ich hab gefehlt Oh Was war das? Kam Nasus an Hey, die kommen zu dir hoch Nicht sterben Loll Trolololololol Oh man, ey War das nicht geil Zurück gibt er Geld, der 50 sogar Fett Ja, greif mich ruhig an Ey, wo kommt das hier? Ey, THC, bist du überhaupt da? Ja, ich guck so Ich hau ihn weg, hau ihn weg, Junge Ich hab alles auf CD Bin gleich da Boah, war das knapp, boah, war das knapp Boah, war das knapp Ich bin gleich da Ich baite, ich baite, ich baite Ich initiate Ah Ah naja lolololololol so lieb zu knapp lolololololol yo Wo kommt er denn her? This is called Brolarv... Stirbt hier oder was? Nööööö Ich brauch nur AttackSpeed und den bekomm ich nicht, weil ich keinen Farm abbekomme Oder Kills Alter, du hast dreimal soviel Farms wie ich Jaaa aber der Olaf nimmt sich alle Kills was er sagt nehmen ich kann mir die jungen klar Gregg es ab was soll ich eingehen am Monro Brinko und bitte ich habe eine Erne obwohl ich von was hatte ich nun an also sie kurz mit kommt erstmal erstmal werden Nein. Drang. Das meine ich doch. So jetzt. Und du bist tot. Jihihi. Die müssten jetzt langsam aufgeben, oder? Die langsam dürfen sie ja auch aufgeben. Pass auf, das ist TRUE DAMAGE. Ich hab ihn bekommen. Ich weiß. Aber trotzdem TRUE DAMAGE. Ja, das ist schon richtig angesagt, das stimmt. Und als Annie mit TRUE DAMAGE. Ja, GG. Ja. Ekelhaft. Ach, wir haben kein Allgemein-Chat? Hast du ausgeschaltet? Du hast was Allgemein-Chat ausgeschaltet. Ich? Ja, keine Ahnung. Du. Wie schalte ich das denn aus? Du musst es wieder anschalten, das ist standardmäßig aus. Haben die was geschrieben? Ja. Ich werd ver hafte. Bisschen.